Sind 32-Bit-Float bei der Aufnahme schon allein deshalb besser, weil 32 einfach mehr ist als 24? Oder gilt hier eher die alte Regel, weniger ist mehr? Das sind jetzt bestimmt nicht die Fragen, die dir schon seit Tagen schlaflose Nächte bereiten, aber die Antwort darauf ist trotzdem gut zu wissen. Wir schauen jetzt gleich mal, was der Unterschied zwischen 24- und 32-Bit-Float bei der Aufnahme und in deiner DAW bedeutet und zusätzlich klären wir, ob du das wirklich unbedingt wissen musst oder ob es sich dabei nur um unnützes Wissen aus dem Reich der Audio-Mythen- und Marketing-Abteilungen handelt. Das alles jetzt in deinem Append-Kannendal Präsentiert von Focusrite, Storia Mastering und Noiseworks DAWs arbeiten zwar intern schon etwas länger mit einer Auflösung von 32-Bit-Float oder sogar 64-Bit-Float, aber trotzdem tauchen erst seit gut ein, zwei Jahren in der Werbung diese kleinen praktischen Mini-Aufnahmegeräte und Audio-Interfaces auf, die mit 32-Bit-Float aufnehmen. Aber was ist daran denn jetzt wirklich so toll und vor allem ist das ein Grund nervös zu werden, wenn das eigene Audio-Interface vielleicht schon etwas älter ist und nur mit 24-Bit aufnimmt? Bevor ich dir gleich verrate, ob und wie wichtig das Thema 32-Bit-Float wirklich für dich ist, schauen wir doch erstmal kurz, was passiert, wenn man mit den unterschiedlichen Auflösungen in der DAW aufnimmt. Ich habe hier zwei Sessions vorbereitet. Die eine nimmt intern mit 24-Bit auf und die andere mit 32-Bit-Float. Und dieses Mikro hier, das habe ich am Audio-Interface angeschlossen und tüchtig ausgesteuert. Ich befürchte, es könnte zu Übersteuerungen kommen, aber schauen wir doch mal, was passiert ist. Beide Aufnahmen liegen jetzt hier vor und du siehst, dass beide Aufnahmen erstmal stark übersteuert wurden. Wir sehen, dass hier oben sämtliche Peaks, die über die digitale Null hinausgegangen sind, hier einfach stumpf abgeschnitten wurden, weil, du weißt ja, vermeintlich die digitale Null darf nicht überschritten werden. Jede Information, die darüber hinausgeht, führt zu digitalen Verzerrungen. Das sieht aber auf beiden Seiten gleich aus. Hier einmal die 24-Bit-Aufnahme und hier einmal die 32-Bit-Aufnahme. Aber schauen wir mal, was passiert, wenn ich bei beiden auf Normalisieren drücke. Wir gehen also zunächst in die 24-Bit-Aufnahme. Ich drücke mal Alt N fürs Normalisieren. Und zack, siehst du, dass hier tatsächlich abgeschnitten wurde. Sämtliche Peaks sind oberhalb der vermeintlichen digitalen Null abgeschnitten worden. Hier sind starke Verzerrungen zu erwarten in der Aufnahme. Auf der rechten Seite die 32-Bit-Aufnahme. Drücke ich auch mal Normalisieren. Und zack, wie du siehst, hier sind die Informationen nicht abgeschnitten. Das heißt, diese Aufnahme wurde anscheinend mit deutlich mehr Headroom getätigt. Das heißt, 32-Bit-Float bietet mehr Platz oberhalb der digitalen Null und nimmt auch die Informationen auf. Hat den großen Vorteil, dass du eigentlich nicht mehr übersteuert aufnehmen kannst. Viel mehr Headroom bei 32-Bit-Float. Okay, du siehst also, welche Vorteile der Headroom von 32-Bit-Float hat. Und gerade bei internen Berechnungen in der DAW solltest du heutzutage auf keinen Fall mehr auf 32-Bit-Float verzichten. Stell also im Audiobereich deiner DAW von 24-Bit auf 32-Bit-Float um. Und du vermeidest mögliche Verzerrungen oder sonstige Probleme wegen einer zu geringen Auflösung bei der Berechnung in der DAW. Es gibt auch 64-Bit-Float oder doppelte Genauigkeit oder High-Quality. Aber nach meinen Beobachtungen stresst das nur den Prozessor und sorgt dafür, dass weniger Plugins oder Instrumente gespielt werden können und der zusätzliche Speicherbedarf auf der Festplatte auch noch unnötig ansteigt. Klanglich hat das zumindest nach meiner Beobachtung keinerlei positive Effekte. Aber auch keine negativen. Aber jetzt kommt die bittere Wahrheit. Die Übersteuerung, mit der ich gerade aufgenommen habe, stammt nämlich gar nicht vom Preamp und vom AD-Wandler in meinem Apollo-Interface, sondern die habe ich mit einer kleinen Pegelanhebung im Eingangskanal von Studio One künstlich nachgebildet. Warum macht er denn jetzt so einen Quatsch, wirst du dich fragen? Naja, mein Audio-Interface nimmt halt wie die meisten Interfaces am Markt noch mit 24-Bit auf. Und irgendwie musste ich es dir ja zeigen. Das bedeutet aber auch, wenn ich den Preamp und den AD-Wandler im Interface so im Pegel überfahren hätte, wie wir das gerade bei der Aufnahme hatten, dann wäre die Aufnahme in jedem Fall übersteuert gewesen. Egal, ob die DAW dann intern mit 24-Bit oder mit 32-Bit-Float aufnimmt, weil das Signal ja schon vor der DAW, also im Interface, kaputt war. Also ist das ganze Video hier reine Zeitverschwendung oder was? Nicht wirklich, denn vielleicht zählst du ja schon zu den glücklichen Besitzern eines modernen Audio-Interfaces, das genau wie diese kleinen Field-Recorder, die ich hier habe, mit 32-Bit-Float-Wandler schon ausgestattet ist. Da sind nach meiner Kenntnis aktuell zumindest mal das Neumann MT48, SSL12 und SSL2 Plus und die neueren Steinberg-UR-Interfaces mit USB-C-Anschluss. Und wenn du noch eins kennen solltest, dann schreib es uns gerne mal unten in die Kommentare. Man wird ja nie dümmer. Aber keine Angst, auch wenn dein Audio-Interface nur mit 24-Bit aufnimmt, solltest du jetzt nicht nervös werden, sondern aus diesem Video zumindest mal mitnehmen, dass 32-Bit-Float bei der Aufnahme erstmal nur Vorteile bietet, wenn du nicht sauber einpegelst. Also die DAW sauber einpegeln, beziehungsweise das Audio-Interface sauber einpegeln und wenn du da nicht übersteuerst, dann hat 32-Bit-Float bei der Aufnahme erstmal keine Vorteile. Außerdem solltest du deine DAW intern besser mit 32-Bit-Float als mit 24-Bit rechnen lassen. Das 64-Bit-Float-Format kannst du eigentlich erstmal knicken, weil das ist momentan noch eher Overkill und Marketing-Voodoo. Und wenn du jetzt noch wissen willst, warum du bei der Aufnahme aber trotzdem immer mit 24-Bit und nicht mit dem früher üblichen 16-Bit aufnehmen solltest, dann schau als nächstes in dieses Video. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage, mach's gut und jassu! Bis zum nächsten Mal.